Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CSGO. In der ersten Folge haben wir den Waffenkurs, ja, doch ganz gut abgeschlossen. Und heute habe ich gedacht, spielen wir mal gegen Bots und zwar auf Dust oder Dust2. Ja, auf Dust2. So, mit mittleren Bots und ich hoffe, das klappt diesmal. Ich habe schon ein paar Runden gespielt, drei Runden habe ich gespielt, zwei gewonnen, eine verloren. Das mit der verlorenen Runde, das ärgert mich auch total. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt nehme ich auf, jetzt wird alles gut. Ich glaube nicht. Aber okay, wir probieren das Ganze mal und schauen, was da passiert. Und ja, wir spielen Anti-Terror-Einheit erstmal. Ich würde nicht sagen, ich bin damit da sehr gut, aber ich fühle mich da wohl in der Anti-Terror-Einheit. Und deswegen spiele ich die jetzt erstmal ein paar Runden. Vielleicht werde ich in der nächsten Folge, die ich dann aufnehme, mal die Terroristen spielen. Davor werde ich dann aber offline ein bisschen üben. Und ja, als erstes kaufe ich mir eine Siegel und eine Blendgranate. Und dann geht's los. Da sind sie auch schon. Und ich werde schon wieder angeschlossen hier. Ach, und ich habe schon wieder vergessen, meine Tastatur-Belöbung umzuschalten. Ah, Mist. Sehr schön. Erste Runde gewonnen. Haben die nicht hier... Achso, die haben bestimmt auch noch keine coolen Waffen gehabt. Dann kaufe ich mir mal die hier und noch sowas und dann ist gut. So. Und je nachdem, wo wir lang gehen... Ja, dann werde ich wohl keine Blendgranate werfen, wenn da jetzt alle von mir stehen. Ich werde nicht meine ganzen Leute blenden. Na, na. Wow, 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 wow. Was soll das denn? Wow. Krass. Mann! Ich treffe auch nichts. Jetzt erschießt den doch. Erschießt den Bot Andy. Oh, er ist schon down. Oh, hier, der ist auch gleich tot. Entschärft die Bombe. Na los, Leute. Los, entschärft die Bombe. Mann. Ja, sie laufen zu A, zu B. Ja, das war wohl nichts. Aber einer muss noch die Bombe entschärfen. Ja, das wird wohl nichts. Die Bombe wird wohl gleich... Ja, okay. Okay, wenigstens sind alle tot, aber... Bombe entschärfen? Nein, nein. Boah. Das war knapp. Alter Falter. Krass. So, als erstes hier eine Giegel. Hier die, da, da, und dann ist es gut. Wow. Wo haben die die denn geplant hat, jetzt? So schnell. A oder B? Na, sehr gut. Die Frage ist, wo ist der? Die Bombe ist hier. Erstmal die Bombe entschärfen. Ich hoffe, der schießt mich jetzt nicht. Wien ist nicht wieder sterben? Sehr gut. Ich habe 60% des gegnerischen Teams getötet. War eigentlich mal gar nicht so schlecht. Ich möchte aber... Ich drücke immer falsch. So. Eine AUG. Ich glaube, ich habe etwas zu tun. Okay. Sehr schön. Sniper. Sniper. Okay. wo die sind direkt weg dann bombe entschärfen also sie sind schon alle tot dann machst du das auch schon sehr sehr schön sehr schön sehr schön ja mit der aug geht es natürlich dann auch sehr gut wie gesagt die ganzen strategien und das ganze das kriege ich natürlich alles noch nicht so hin falsch geworden ich drücke manchmal noch die falsche taste was oha alter alter falter aber steht wenigstens 40 das ist das freut mich so kann ich leben ihr hättet mich eben erleben sollen da habe ich geflucht wie sau naja also wie gesagt es tut mir leid wenn ich die strategien und wo man rennt man lang das ist ja mit den bots dann also wieso noch ganz anders als nachher im echten spiel also im online spiel aber ich muss erst mal bevor ich online spiele ein bisschen üben deswegen seht es mir nicht nach wenn ich im moment dagegen so popelbots spiele und trotzdem erschossen werde ja und die runde wird wohl an die gehen obwohl es sind 4 zu 3 also eigentlich sollte das doch klappen ja ihr seid alle bei b und die bombe ist bei ihr seid die schlauesten auf der welt ja und ihr werdet alle sterben ich sage es euch ihr werdet alle sterben das klappt nicht ja bombe ist ja bombe ist sehr gut okay na gut dann kaufen wir uns doch mal das mit dem kaufen klappt auch mal besser oha also ich habe ihn auf jeden fall angefragt getroffen habe ich ihn noch mal und mist alter natürlich mit einer sniper ja geil jetzt dreht sich wieder armann 4 zu 2 wird es wohl gleich stehen obwohl die bombe ist naja die haben noch zwei minuten zeit der macht gar nichts da kommt die bombe da kommt die bombe der schießt ja noch schlechter als ich obwohl das ja eigentlich gar nicht möglich ist das wollte ich aber nicht wieso laufe ich jetzt meinem einsamen typen hinterher alter man immer der sniper bei mir das gibt es doch nicht immer sterb ich als erster es ist echt unfassbar ja er schießt ihn doch sehr gut erschießt 12 4 es ist sein naja trotzdem 23 ja es wird hier also zwei gegen drei es wird wohl gleich ja ich wechsle mal auf den typen der hier bei der bombe ist ich wollte doch ach so ja sehr gut jetzt steht es gleich 4 zu 3 einer hat die bombe jetzt glitscht er sich da fest oder was ja und irgendwie legt das ganze spiel jetzt nicht nur die bots legen fest und so wie es aussieht ist er gleich tot man das gibt es doch nicht ich darf auf jeden fall nicht als erstes stellen wenn ich als erstes stelle verlieren wir und tot ich hab's doch gesagt ach man oh man oh man oh man so nochmal hier die auge eine blende und eine rauchgranate und los geht's vielleicht ist mit der auge ein bisschen besser okay einer ist tot okay nicht wieder so ein doofer sniper hier wo sind sie denn ich muss mal ein bisschen hinterher was wo sind denn leute wo seid ihr denn ja zwei gegen zwei hier ist die bombe das heißt sie müssen ja hierhin kommen und hat ein ich habe niemanden erschossen bisher in dieser in dieser rund wow wenigstens einen noch gekriegt das ist doch schon mal was also das heißt ich muss auf jeden fall eine blendgranate kaufen so und dann geht's los hier nicht schon wieder so ein doofer sniper oder sowas da hätte ich ja überhaupt kein bock drauf wo sind die denn ok ja hier glaube ich man sehr schön dann jetzt schnell hier die bombe entschärfen boah und geschafft ja ganz schön 80 prozent habe ich ausgeschaltet sehr schön ja dann brauche ich ja nix kaufen und es geht los äh ich darf mal mit den freunden hier mit jetzt habe ich doch noch reingeguckt wow sehr gut sehr gut ich bewege mich auch ein bisschen zu hastig das sehe ich ja ein ok wo ist denn die bombe leute bei b wahrscheinlich wenn wir von a kommen aber wo ist denn ich bin ja und schön entschärfen und dubstep modus oder was entscheidungsrunde sehr gut ja 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 ok Leute, wenn ihr das sagt Oh, ich habe keine Granate gekauft Okay, wir gehen mal durch den Smoke durch Ach man, schon wieder Mann Wie sehe ich uns einen erschießen Mal nachladen Okay Er ist da hinten Wow, okay, Bombe ist geplant Auf die Bombe Oh, sehr gut Perfekt, ja Und ich habe sogar Ja, Kills 22 Vier Tode Drei Assists, ja, finde ich gar nicht schlecht Damit danke fürs Zuschauen In dieser Runde und wir sehen uns beim nächsten Mal Macht's gut, ciao Tschüss, tschau